Hallo, ich bin Raja Marianne Brink. Ich werde am 20. April 22 Jahre alt. Ich habe jetzt mein Designstudium in Münster angefangen, aber natürlich kann ich das gerade von zu Hause aus über Zoom-Meetings erledigen. Das ist alles ein bisschen holprig, weil wir sehr viele Programme brauchen und alles immer nicht so unbedingt klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen bin ich gerade viel zu Hause, habe aber trotzdem jede Menge zu tun. Wenn ich nicht gerade am Studieren bin, dann zeichne ich immer noch sehr gerne Videospiele, Bücher lesen. Eigentlich spiele ich auch Geige, aber das habe ich jetzt schon seit sehr langer Zeit nicht mehr in Angriff genommen. Ich wohne in Wetter, auf einem Pferdehof, mitten im Nirgendwo, mit schlechtem WLAN und wir haben kein Handyempfang. Meine Bilder, die könnt ihr in der Bahnstraße 13 bewundern. Ich hänge da zusammen mit Jale, wir teilen uns ein Schaufenster. Und ich hoffe, dass trotz dieser Ausnahmezeit ihr euch alle gut fühlt und es euch allen gut geht. Und haltet Abstand und bleibt, wenn möglich, zu Hause. Und versucht einfach da euren Hobbys und Beschäftigungen nachzugehen. Tschüss! 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 Tschüss!